Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Heute wollen wir mal die Sims aus meinem Andi-Uni-Let's Play umstylen. Und damit werden wir jetzt auch direkt beginnen. Und da sind wir natürlich auch schon in dem Zeitraffer, dies, das. Und ja, ich nehme das mal wieder an dem Tag auf. Ne, einen Tag vorher tatsächlich sogar, wo es hochkommt. Crazy, Leute. Ich bin noch nicht hundertprozentig abgestürzt. Obwohl ich das Video eigentlich schon viel früher fertig haben wollte, tatsächlich. Aber mein Körper dachte sich so, ich werde jetzt einfach mal krank. Weil mein Körper dachte sich so, nö, also vorproduzieren ist mit dir hier nicht. Du hattest dir zwar das so schön vorgestellt, aber wie geht, gönn dir das einfach nicht. Und jetzt sind wir halt wieder hier an dieser Stelle, wo wir uns denken, warum? Also es ist in Ordnung. Ähm, aber, ja. Also, warum wir überhaupt die Sims umstylen? Ich habe mir ja gedacht, dass wenn die 100 Baby Challenge dann ja irgendwann mal endet, dann habe ich gedacht, können wir ja vielleicht mal diese alten Let's Play Charaktere aufleben lassen. Weil ich die schon ein bisschen vermisse so. Und gerade als ich die umgestylt habe, habe ich auch so ein bisschen Flashbacks gehabt, bin ich ehrlich. Das ist ja mittlerweile auch schon drei, vier Jahre her so. Und das ist halt schon... Also, ne, das bedeutete mir sehr viel. Einfach dieses Let's Play war sehr, sehr schön. Ähm, das war ja ein Uncut-Let's Play. Das war halt so ein bisschen weird für mich, weil ich dann ja auch schon eine Zeit lang wieder halt dann nur geschnittene Let's Plays gemacht habe. Und noch nie so ein Story-Let's Play oder sowas. Und, ähm, das war halt einfach ein bisschen neu für mich. Und das hat mich auch ein bisschen überfordert zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber trotzdem war es sehr, sehr schön. Und, ähm, ja. Also, dadurch, dass es ja Uncut war, konnte ich es halt ja auch regelmäßiger bringen. Das war halt der Vorteil daran. Das ist ja bei den anderen Projekten, die jetzt gerade laufen, eben anders. Aber, ähm, you know. Ich finde es halt einfach schöner, wenn es halt gecuttet ist. Dafür gibt es ja dann halt eben in diesen Zeitraffer-Videos seht ihr mich dann ja immer noch Uncut und so. Und das ist halt einfach... Ja, also es ist nicht so, dass ich hier einfach mich komplett verstecken will und so. Aber, ähm, ja. Es verunsichert mich halt schon teilweise, ähm, so Uncut zu sein und so. Ähm, ja. Deswegen, wenn wir dann mit denen weiterspielen, dann wird es auch so sein, dass, äh, das auch wieder ein geschnittenes Let's Play wird. Aber wir bleiben halt bei den Charakteren und lassen die dann wieder auferleben. Genau. Ich werde euch am Ende des Videos übrigens auch die An-die-Uni-Playlist einfach mal verlinken, falls jemand Interesse hat. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich es empfehlen sollte oder nicht, weil es ist schon ganz schön lange her. Und ich, ähm, weiß nicht, ob, ähm, das noch halbwegs ansehnlich ist oder nicht. Aber, ja, das müsst ihr dann eben selber entscheiden. Ähm, ja. Und apropos nicht so gut darin sein, ähm, Uncut zu reden und so. Ihr werdet ja gemerkt haben, dass ich jetzt schon wieder einige Monate lang nicht gestreamt habe. Und ich muss einfach sagen, es ist, glaube ich, echt nicht so meine Welt, ne? Also, ich, ähm, hab's zwar gemacht und grundsätzlich hatte ich auch Spaß dabei, aber es ist einfach so irgendwie, es verunsichert mich dann schon. Also, in einem Video oder so könnte ich zur Not halt doch mal was rausschneiden, wenn irgendwas wäre, weil tatsächlich, früher war das ja auch so, wenn ich teilweise aufgenommen habe, hatte ich ja auch, ähm, Panikattacken oder so und ich konnte es halt einfach rausschneiden. Und das war halt einfach meine Rettung. So, und das könnte ich halt im Livestream einfach nicht. Ich könnte jetzt auch nicht einfach sagen, ich, ähm, beende den dann so. Es wird einfach live, weil in der Panikattacke dissoziere ich halt meistens. Und das ist ein bisschen schlecht, hä? Weil da kann man halt dann nichts so direkt tun. Und, ähm, ja, deswegen ist das halt einfach nicht so meine Welt. Trotzdem wollte ich, ähm, zumindest das Szenario noch beenden mit euch. Das heißt jetzt irgendwann, wenn ich mich dann aufraffen kann, werden wir dann nochmal einen Livestream machen zu dem Pflanzen-Szenario, damit wir das halt beenden können. Wann kann ich euch jetzt aber nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall passieren, weil ich hasse das, wenn so angefangene Sachen auf dem Kanal sind. Und vor allem wäre das wahrscheinlich auch eine Sache, die wir halt in einem Stream halt auch beenden könnten. Deswegen machen wir das halt dann einfach so, dass, ähm, ja, dass wir das dann halt beenden. Und dann wird vielleicht sporadisch mal ein Stream kommen oder so. Aber stellt euch auf jeden Fall nicht auf regelmäßige Streams ein. Ähm, äh, ja. Wie gesagt, ich habe hier das Kind, das wir adoptiert haben, auch zur Teenagerin gemacht, weil es soll ja ein bisschen Zeit vergangen sein und so. Ähm, deswegen sind die, sind Elaine und Mizuki dann auch zu Erwachsenen geworden. Es sind keine jungen Erwachsenen mehr. Es soll halt einfach schon ein bisschen Zeit vergangen sein und so. Also, damit ihr das halt so ein bisschen verstehen könnt, ne? Also, ich weiß noch nicht genau, was wir dann machen wollen. Also, wahrscheinlich spielen wir ja irgendeine Challenge oder so. Aber, ja, es sollte halt auf jeden Fall irgendwie Zeit vergangen sein und deswegen sind die halt alle dann schon gealtert. Die sind auch jetzt in einem neuen Spielstand, weil der alte Spielstand natürlich noch, ähm, mit meinem ganzen alten Kassen-Content war. Ähm, weswegen dann halt alle Sims nackt waren. Ich dachte so, das wäre halt irgendwie blöd, wenn wir dann damit weiterspielen. Das haben wir jetzt ja gerade in der 100-Baby-Challenge stand, was sich ja nicht ändern kann. Und wenn wir das dann halt in einem neuen Let's Play dann wieder hätten, also, immer noch, wäre halt irgendwie blöd, finde ich. Ähm, so langsam zum Beispiel in der Lucky Legacy ändert sich das ja, dass die ganzen Sims so langsam wieder angezogen sind, weil die älter werden und so. Also, das ist da halt der Vorteil. Ähm, ja, deswegen finde ich das halt einfach besser, wenn die jetzt halt in einem neuen Spielstand sind. Genau. Ich denke, das sollte euch aber auch nicht großartig stören. Klar, die Freunde und so fehlen dann ja teilweise, aber dann ist das halt so. Also, gibt Schlimmeres im Leben, oder? Genau. Und, ähm, was ich noch sagen wollte, ich hatte hier einen Community-Post gemacht. Ähm, ab bevor, weil sie es nicht mitbekommen haben, ich habe jetzt den Community-Post endlich freigeschaltet. Tatsache, es ist crazy. Also, finde ich auch sehr, sehr schön. Ich habe den ja verfrüht bekommen, weil ich mich dafür angemeldet habe. Und es ist sehr, sehr schön, weil, ähm, I like it very much. Und, ähm, ja, da habe ich dann ja zum Beispiel auch meinen Upload-Plan gepostet. Falls ihr nicht wisst, wo meine Videos kommen und was für Videos kommen und so. Schaut da gerne mal vorbei. Und generell brauche ich da halt ab und zu mal irgendwie so Updates. Bisher habe ich es noch nicht so aktiv benutzt, aber ich habe jetzt auch noch nicht so viel zu sagen gehabt. Dennoch habe ich da auch eine Frage gestellt. Also, ihr könnt auch teilhaben an meinen ganzen Let's Plays und so. Könnt ihr so oder so auch in den Kommentaren. Aber wenn ich mal so eine Umfrage mache oder so, das ist natürlich der leichteste Weg, weil man da ja auch nichts schreiben muss oder so, sondern man kann halt einfach anonym abstimmen. Und das ist halt auch schöner, würde ich sagen, manchmal, weil man möchte sich ja nicht immer preisgeben. Aber es ist halt so gewesen, ja, es haben zwölf Leute abgestimmt bisher zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und letztendlich haben Moment, ich kann es ja mal kurz öffnen. Es haben 50% für Ist-mir-egal gestimmt. Achso, ich sollte vielleicht sagen, worum es ging. Ich habe gefragt, ob ich mir eventuell ein Greenscreen zulegen sollte und habe dann gefragt, ob ihr das lieber eben mit diesem Hintergrund, mit meinem Zimmer im Hintergrund oder eben ohne Hintergrund sehen wollen würdet. Und 50% haben gesagt, es ist mir egal. 25% haben gesagt, ohne Hintergrund und 25% haben gesagt, mit Hintergrund. Und I'm sorry, aber was soll mir das bringen, Leute? Das ist einfach genau das. Das war schon wieder klar. Immer wenn ich irgendeine Umfrage mache, egal auf welcher Plattform, ist es immer so, dass irgendeine komplett nichts aussagende Antwort bei rumkommt. Ich komme einfach nicht darauf klar, Leute. Deswegen werde ich es jetzt erstmal so lassen. Weil, I don't know, das ist jetzt irgendwie, also ich gebe halt nicht, keine Ahnung, 150 Euro oder so aus, nur um jetzt was zu machen, wo halt immer noch genug Leute, in Anführungszeichen, verärgert wären. Also ich habe zwar gesagt, bei Ist-mir-egal hätte ich es dann auch gekauft, aber irgendwie, ich finde 25% ist ja trotzdem eine Menge so. und, ah, ich weiß es nicht. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal. Es ist halt aber auch viel Geld, ne? Es ist halt eine schwierige Entscheidung. Deswegen wollte ich halt euch entscheiden lassen. Und ihr seid euch auch nicht einig. Es ist schrecklich. Ich, es ist aber jedes Mal so. Jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, es ist einfach komplett uneindeutig. Und es ist schrecklich. Also, ich werde niemals dahinter kommen, dass alle immer so komplett unterschiedlich sind. Also, auf meinem Kanal und so, dass sie da so anders denken. Also, eigentlich müssen wir mal meinen, dass es ja oft ähnlich sein muss, aber anscheinend ja nicht. Naja, dann ist das jetzt halt so. Vielleicht kommen wir ja doch noch irgendwie zu einem Entschluss oder so oder zu einer anderen Lösung oder keine Ahnung. Weil manchmal nervt es mich halt so, dass hier so ein paar Sachen im Hintergrund liegen. Also, zum Beispiel ist jetzt hier noch eine Hose und von meinem Freund der Laptop und keine Ahnung. Das Einzige, was natürlich cool ist, ist halt mein Hund, die halt ab und zu zu sehen ist und so. Das finde ich halt auch schön. Aber grundsätzlich finde ich den Hintergrund auch schön. Aber, ja, wie gesagt, also halt dieses manchmal unfertig gemachte Bett und halt die Sachen, die jetzt auf dem Fachwerk stehen, seitdem mein Freund halt hier ist. Und ich muss hier immer Sachen wegräumen vorher. Also, weil hier... Moment. Mensch, hier steht halt normalerweise noch was. Und das würde man ja dann auch sehen normalerweise. Und das muss ich dann auch vorher immer wegräumen, bevor ich aufnehme. Und ich finde das halt einfach richtig blöd eigentlich. Aber, also, es ist jetzt nichts Unmögliches, ne? Ich würde es jetzt auch weitermachen, wenn das jetzt dabei rumgekommen wäre. Aber es ist jetzt halt so uneindeutig, dass ich jetzt die ganze Zeit mir denke, jo, äh, ich weiß noch immer nicht genau, was wir jetzt hier machen mit unserem Leben. Aber, ja. Wir bleiben jetzt einfach noch mal, I guess, erst mal. Außer, Leute können mir jetzt ganz ausführlich sagen, warum es jetzt unbedingt doch vielleicht gemacht werden sollte. Aber wir sind jetzt auch fertig mit unserem Zeitraffer. Ich hoffe, euch gefallen die neuen Sims. Und ich hoffe, ihr freut euch dann auch darauf, wenn wir dann mit denen weiterspielen. Ich weiß, dass das bestimmt noch so zwei, drei, vier Monate dauern wird oder so, bis wir dann damit starten, je nachdem, wie lange wir jetzt in der 100 Baby-Tennis dann noch brauchen. Grundsätzlich sollte das halt schon, ähm, irgendwann dieses Jahr sein. Und deswegen, ich habe mich einfach noch gefreut, dass ich das jetzt hier machen kann. Weil ich wollte mich einfach schon mal darüber vorbereiten, wieder mit den Sims so in Kontakt zu treten. Und, ja, ich will es wirklich. Ja, ich will es. Ich will mit diesen Sims weiterspielen. Also, das, I love them so much. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Gedanken habt zu dem, was ihr so gebrabbelt habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.